Die Inspektion gemäß Serviceheft durch Ihren Opel Service Partner hat viele Vorteile. Sie dient dem Werterhalt Ihres Fahrzeuges und sichert auch den Wiederverkaufswert. Wir verwenden für die Wartung und Pflege Ihres Fahrzeugs nur speziell abgestimmte Teile und Flüssigkeiten. Mit Opel Originalteilen bleibt Ihr Opel ein echter Opel. Vor der nächsten Hauptuntersuchung prüfen wir Ihr Fahrzeug vorab und beseitigen nach Rücksprache mit Ihnen eventuelle Mängel. Die Prüforganisationen kommen regelmäßig zu Ihrem Opel Service Partner. Sie können demnach den HU-Vorab-Check ganz flexibel dann durchführen lassen, wenn bei Ihrem Fahrzeug die Hauptuntersuchung ansteht. Ihr Opel Service Partner hilft Ihnen mit dem kostenlosen HU-Vorab-Check böse Überraschungen bei der Hauptuntersuchung zu vermeiden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017